Ich zeige euch jetzt eine andere Schalvariante, die oben ein bisschen hochgeschlossener ist. Und zwar schlupft ihr in euer Kugel rein, wie in eine Weste. Habt hinten die kurze Seite. Und dann nehmt ihr das nicht so wie normalerweise in die Hälfte, sondern ihr könnt da ruhig ein bisschen das Höher nehmen. Die kürzere Seite zuerst ganz knapp zum Hals. Die zweite Seite auch eher den Spitz oben. Auch so zum Hals und auch relativ weit nach hinten. Und dann da den Clip anbringen. Da den Clip anbringen auf diesem Spitz und ganz eng um den Hals rundherum. Man kann das wirklich ein bisschen unter Zug machen, dann wird das auch richtig schön warm und dicht. Und den Clip, den mache ich meistens ganz kurz. Den kann man da unten drunter verstecken. Im Idealfall nimmt man eine Schicht drunter auch mit, damit das dann in der Bewegung, wenn ihr den ganzen Tag unterwegs seid, nicht auseinanderfallen kann. Den Clip kann man, finde ich, dann auch immer ganz gut verstecken. Und schon fällt die Frisur auseinander. Aber der Look stimmt. Bye-bye. Amen! Musik Musik